Hallo und herzlich willkommen zu diesem T-Shirt Business Crash Course. In diesem Kurs würde ich dir gerne zeigen, wie du dein eigenes T-Shirt Business Schritt für Schritt aufbaust. Wir wollen uns hier in diesem Tutorial mal damit beschäftigen, wie man denn überhaupt erst ein T-Shirt designt, welche Designs sich denn lohnen, auf welchen Plattformen man seine T-Shirts publiziert, warum man den First Mover Effekt ausnutzen sollte. Ich zeige dir meine Geheimstrategien und vieles, vieles mehr. Deswegen, wenn dir solche Videos gefallen, dann bitte, bitte, bitte hinterlasse ein Like auf diesem Video. Wenn du mehr rund ums Thema T-Shirt Business wissen möchtest und du möchtest wissen, wie man im Internet Geld verdient, dann schau auf jeden Fall auch nochmal in die Videobeschreibung. Dort befindet sich ein Link zu meinem Geldverdienen im Internetmeisterkurs. Diesen Kurs kriegst du derzeit für gerade mal 9,99 Euro und in diesem Kurs zeige ich dir, wie du ein T-Shirt Business aufbaust. Ich zeige dir, wie man mit Kindle Geld verdient, mit Online-Kursen, mit Tutoring, mit Coaching und vielem, vielem mehr. Deswegen schauen wir mal in die Videobeschreibung, würde mich sehr freuen, wenn du dich einschreiben könntest. Der Kurs nochmal kostet gerade mal 9,99 Euro. Du erhältst 6,5 Stunden Content und du kannst mir im Kurs jederzeit Fragen stellen. Das heißt, ich helfe dir auch praktisch dabei, dein Business aufzubauen. Aber gut, vielen Dank und ich hoffe, dass du jetzt sehr viel Spaß und sehr viel Erfolg mit diesem T-Shirt Business Crashkurs hast. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. In diesem Video würde ich gerne an dir zeigen, wie du dein eigenes T-Shirt Business im Jahr 2019 und anschließend aufbauen kannst. Ich möchte den gesamten Prozess einfach mal zusammenfassen, dir einige Informationen geben, wie du an gute Designers rankommst, wie ein gutes Design vielleicht auszuschauen hat, wie man am besten Keywords findet und vieles, vieles mehr. Ich möchte dir auch eine Übersicht geben über alle Plattformen, wo du deine T-Shirts publizieren solltest, beziehungsweise deinen anderen Merch Artikel, weil du natürlich nicht nur, sag ich jetzt mal, T-Shirts verkaufen kannst, sondern auch Tassen oder irgendwelche, vielleicht sogar Socken, du kannst auch Hoodies verkaufen und so weiter und so fort. Also machen wir einfach mal folgendes. Gehen wir mal zuallererst über das grundlegende Konzept drüber, wie überhaupt funktioniert so ein T-Shirt Business und anschließend dann zeige ich dir, wie du an Designers rankommst und dann schauen wir uns an, wo du denn eigentlich deine T-Shirt Designs online verkaufen kannst. Zuallererst mal die ganz grundlegende Frage, wie funktioniert denn überhaupt dieses Business? Es ist eigentlich ziemlich simpel. Wenn du dein eigenes T-Shirt Business aufbauen möchtest, tust du nur folgendes. Du designst irgendwelche T-Shirt Designs, beziehungsweise ein Designer tut das Ganze für dich und du nimmst dann diese T-Shirt Designs und lädst sie hoch auf Online-Marktplätzen. Diese Online-Marktplätze haben den Vorteil, dass sie dir organische Reichweite liefern, was einfach nur bedeutet, dass praktisch deine Designs auf der Plattform gefunden werden können von anderen Leuten, die halt auf die Plattform draufkommen. Zum Beispiel nehmen wir mal an, ich gehe jetzt auf Plattformen wie Spreadshirt oder Redbubble oder Merch bei Amazon oder wo auch immer drauf und gebe einem den Begriff Berlin, also die Stadt, wo ich derzeit wohne, da würde ich natürlich haufenweise T-Shirts zum Thema Berlin finden. Und genau dasselbe machen wir halt auch. Wir überlegen uns, welche Art von T-Shirt Designs wollen denn Leute überhaupt haben und anschließend dann erstellen wir praktisch diese Designs, geben den Designs die richtigen Keywords, die richtigen Beschreibungen und hoffen dann darauf, dass Leute, die halt über die Plattform nach T-Shirts suchen, tatsächlich auch unsere T-Shirts finden. Das Ganze läuft in meisten Fällen so ab, dass praktisch du, wie gesagt, nur das Design erstellst, das Verschiffen und so weiter und das, sag ich jetzt mal, Drucken übernimmt natürlich die Plattform. Die Plattform gibt einen bestimmten Preis vor für einen Rolling. Das heißt, es kann zum Beispiel gut sein, dass eine Plattform sagt, okay, wir wollen 10 Dollar pro Rolling haben und in diesen Rolling steckt natürlich auch schon der Profit für die Plattform drin. Das heißt, da kommen keine weiteren Kosten mehr hinzu. Das Einzige, wie gesagt, was passiert, ist Folgendes, nämlich die Plattform sagt praktisch, okay, 10 Dollar für diesen Rolling und dann, wie gesagt, kannst du deinen eigenen Preis festlegen, zum Beispiel halt, sag mal, 22 Euro oder was auch immer, dann hast du halt hier in diesem Fall ein Profit gemacht von 12 Euro, da ja praktisch, dass der Rolling 10 Euro kostet, du nimmst 22, was ist die Differenz? Klar, 12, das wäre dein Profit. Gut, aber wie kommt man denn überhaupt an diese Designs ran und musst du überhaupt selbst Designs erstellen? Die Antwort ist, du musst Designs nicht selbst erstellen. Es gibt viele, viele Plattformen, wo du dir Designs nicht unbedingt herunterladen kannst, sondern wo du Leute anstellen kannst, die das Ganze dann für dich tun, übrigens auch nicht fest anstellen, nämlich, es geht da praktisch um Freelancer anzustellen. Das heißt, Leute, die jetzt nicht unbedingt im richtigen Arbeitsvertrag mit dir stehen. Gut, also das Erste, was wir, wie gesagt, machen sollten, ist, wir sollten auf Plattformen gehen, wie zum Beispiel Upwork oder Fiverr oder auch eine Plattform, die nennt sich onlinejobs.ph, da gehen wir gleich nochmal drüber und was wir da praktisch machen wollen, ist, wir wollen nach Leuten suchen, die für uns T-Shirt-Designs erstellen können. Zum Beispiel könntest du hier oben eingeben, bei Feind Freelancers könntest du eingeben, sei jetzt mal T-Shirt-Design oder was auch immer, da wirst du hunderte von T-Shirt-Designern finden, wenn nicht sogar tausende von T-Shirt-Designern. Und zum Beispiel jetzt in meinem Falle, das ist ein Design, mit dem ich früher mal zusammengearbeitet hatte, mit dem ich auch immer sehr zufrieden war und mit dem habe ich praktisch Folgendes gemacht. Da habe ich gesagt, du, ich hätte gerne ein Design, ich möchte gerne, dass das Design so aussieht wie diese Designs hier. Ich habe praktisch ein paar Links vorbeigeschickt und die Person meinte, ja, ja, klar, ich kann für dich die Designs erstellen. Und dann, wie gesagt, haben wir uns an diesen Designs orientiert und haben zusammen Designs erstellt. Und wir sehen zum Beispiel hier eins von diesen Designs, das ist dann ein Design, das ich später abgeändert habe. Dazu kommt gleich nochmal mehr. Übrigens auch bitte nicht Home Sweet Home verwenden, das ist tatsächlich geschützt, das ist jetzt hier nur ein Template gewesen. Und was wir praktisch gemacht haben, ist, wir haben zum Beispiel dieses Design hier erstellt. Sieht zwar ein bisschen, vielleicht ein bisschen altbacken aus, sicherlich gibt es bessere Designs. Aber was wir praktisch hier getan haben, ist, wir haben gesagt, okay, lasst uns ein einziges Design erstellen und dann ändern wir dieses Design ab, so oft wie möglich. Das heißt, wir haben zum Beispiel halt dieses Design hier erstellt, wo drauf steht Home Sweet Home, Bloomington, Minnesota und dann haben wir das Ganze abgeändert. Das habe ich dann gemacht via Adobe Illustrator und habe dann zum Beispiel nicht da stehen gehabt, Bloomington, Minnesota, sondern vielleicht San Francisco, Kalifornia oder New York, New York oder Chicago, Michigan oder was auch immer, Denver, Colorado, komplett egal. Egal, also das wie gesagt war hier die Strategie, die Vorgehensweise. Wir haben einfach nur diesen Begriff dann genommen, beziehungsweise diese beiden Begriffe und haben diese immer wieder abgeändert. Der große Vorteil dabei ist, dass ich natürlich die Person, die für mich das Design erstellt, nur ein einziges Mal bezahle. Das heißt, die kriegt zum Beispiel jetzt wie Herr Arafat, mit dem ich hier zusammengearbeitet habe, kriegt 15 Dollar für dieses Design. Ich habe zum Beispiel von ihm damals zwei Templates erstellen lassen und dafür wie gesagt hat er pro Template 15 Dollar genommen. Das ist tatsächlich sogar relativ viel und vielleicht auch für diese Qualität hier relativ viel. Ich weiß, viele Leute machen das für sehr, sehr viel weniger Geld. Bloß das, wie gesagt, war das, was ich damals ausgegeben hatte und ich muss ehrlich zugeben, dass ich heute kaum noch im T-Shirt-Geschäft bin. Dazu komme ich auch gleich nochmal und werde nochmal so ein paar Gründe erläutern, warum, wie gesagt, ich derzeit nicht im T-Shirt-Business bin und warum ich auch nicht glaube, dass ich wieder zurückkehre, so wirklich. Also ich verdiene theoretisch immer noch damit Geld, bloß es ist nicht mehr so attraktiv geworden. Aber wie gesagt, dazu kommen wir gleich noch. Das Einzige, wie gesagt, was ich mache, ist, ich nehme dann dieses Design und ende das so oft ab wie möglich, sodass ich halt möglichst viele Designs rausbekomme. Bei vielen Plattformen, wie zum Beispiel Merch bei Amazon, kann es sein, dass es nach dem sogenannten Tiermodell funktioniert, wo du also eine bestimmte Anzahl an Verkäufen generieren musst, damit du eine bestimmte Anzahl an Uploads jeden Tag gewährt bekommst. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt viel mehr oder viele, viele Sales gemacht hast, dann bist du auch oder ist es dir erlaubt, auch mehr Designs hier am Tag auf die Plattform hochzuladen. Das liegt einfach daran, also dieses Modell gibt es, weil natürlich Amazon auch möchte, dass gute Designs hier hochgeladen werden. Sonst natürlich, es gibt haufenweise Plattformen, wo du noch deine Designs erstellen lassen kannst. Zum Beispiel eine Plattform, die viele T-Shirt-Designer, oder die viele T-Shirt-Business-Owners nehmen, ist Onlinejobs.ph. Onlinejobs.ph ist eine Plattform in den Philippinen, wo du Leute für einen sehr, sehr geringen Betrag anstellen kannst. Wie gesagt, es handelt sich hierbei nicht um eine feste Anstellung. Du hast also keinen Arbeitsvertrag oder ähnliches. Es ist einfach nur ein Freelancer, den du für einen bestimmten Job kurz anstellst. Gerade in Deutschland muss man natürlich sagen, dass gute Designer sehr viel Geld kosten. Also ich habe, wie gesagt, einen guten Kumpel, der macht Designs für mich wahrscheinlich auch für einen netten, fairen Preis, aber wenn man halt keine persönlichen Kontakte hat und mit einer Agentur oder so zusammenarbeitet, die nehmen dann schon ganz gerne mal 40, 50 Euro, wenn nicht sogar mehr für ein einziges Design. Natürlich kann man so argumentieren, wenn jetzt die Agentur ein wirklich tolles Design macht und du kannst das abändern bis zum Gehtnichtmehr und reduzierst damit vielleicht den Stückpreis oder den Stückpreis pro Design auf vielleicht gerade mal ein paar Cent oder so, dann kann sich das Ganze natürlich lohnen. Dass du zum Beispiel 50 Euro fürs Design ausgibst und änderst das tausendmal ab, ja klar, dann hast du, wie gesagt, nur wenige Cents auszugeben für praktisch ein Design. Bloß, wenn du jetzt zum Beispiel jedes Design von dieser Agentur erstellen lässt und du kein Design abänderst, dann natürlich zahlst du dich da dumm und dämlich. Also denken wir mal drüber nach, nehmen wir an, ich würde jetzt 100 Designs mir von der Firma erstellen lassen, wenn es ja schon 5000 Euro. Und glaub mir, so 5000 Euro wirst du mit 100 Designs nicht so schnell machen. Oder eher vielleicht in 100 Jahren machen. Also wie gesagt, 100 Designs ist wirklich nicht viel im T-Shirt-Business. Du brauchst da wirklich tausende, wenn nicht sogar zehntausende Designs, um jetzt noch wirklich erfolgreich werden zu können im Bereich T-Shirts. Gut, wie gesagt, du kannst hier zum Beispiel eingeben, sagen wir mal Designer und dann können wir uns hier Designer angucken, die für einen sehr günstigen Betrag arbeiten. Ich bin natürlich immer ein großer Fan davon, dass man jetzt Leute anstellt für einen günstigen Betrag. Zum Beispiel diese Person hier wäre für mich ganz interessant, obwohl, müsste man mal reinschauen, nämlich die meisten von diesen Leuten hier, die arbeiten für einen sehr, sehr, sehr günstigen Preis. 1,82 Dollar pro Stunde, auch 1,82 Dollar und so weiter und so fort. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mir diese Person angucke, viele von denen haben, wie gesagt, genau diesen, ungefähr denselben Preis, also irgendwas zwischen vielleicht 1 und 5 Dollar und es gibt natürlich auch andere, die für viel, viel mehr Geld arbeiten, auch welche, die für 10, 20, 30 Dollar arbeiten. Zum Beispiel diese junge Dame hier für 13,47, 13,74 und die, wie gesagt, sind einfach ein bisschen teurer. Bloß, wenn ich mir zum Beispiel jetzt diese beiden hier angucke, hier oben, die beide haben ein gutes Ranking, Ranking haben, wie gesagt, auch bei den Bachelors Degree, kennen sich anscheinend mit all diesen Themenbereichen auch ganz gut aus, dann wäre es vielleicht gar nicht mal so doof, mit diesen Leuten hier zusammenzuarbeiten. Frage ist halt bloß, sind diese Leute auch genauso gut, wie eine Person, die ich für 4 Dollar anstellen kann? Also, wenn ich zum Beispiel hier ein bisschen mehr Geld ausgebe für eine Person, dann ist das, denke ich mal, absolut gar kein Problem. Man darf halt nicht vergessen, 4 Dollar oder 2 Dollar, das macht den Kohl nicht fett, gerade im T-Shirt-Business nicht, da ist es eher sinnvoll, mal 4 Dollar auszugeben und dann halt einen guten Designer zu haben, als 2 Dollar auszugeben und vielleicht nur ein Solala-Design zu haben. Aber wie auch immer, das ist auf jeden Fall eine Plattform, die ich dir auch nochmal sehr empfehlen kann. Hier muss man jedoch zugeben, dass man halt ein bisschen was bezahlen muss, jeden Monat, um überhaupt hier Aufträge fair geben zu können. Das heißt, wenn du wirklich jetzt committed bist und sagst, okay, ich will mein T-Shirt-Business aufbauen, dann macht es auf jeden Fall Sinn, hier auch das Geld auszugeben, nämlich du kannst hier natürlich dich kostenfrei anmelden, aber das bringt dir eigentlich nichts. Du brauchst dann mindestens eine Pro- oder halt eine Premium-Version und wir können dann halt hier zum Beispiel 3 Job-Posts pro Monat angeben, hier können wir 10 angeben. Ich würde persönlich mit dem Pro-Plan starten, das vielleicht auch nur für ein, zwei Monate machen und dann, wie gesagt, mit den Leuten eine Kooperation aufbauen, sodass diese Leute halt auch wirklich dich schon mal kennengelernt haben und dann, wie gesagt, für dich Designs hintereinander erstellen. Genau, also wie gesagt, du kannst 75 Leute im Monat kontaktieren, bei dem wir 500, ich persönlich finde den 69-Dollar-Plan ganz sinnvoll, wenn du jetzt ein bisschen mehr Geld ausgeben möchtest, natürlich auch der 99-Dollar-Plan ist sicherlich auch eine sehr gute Option. Gut, und dann, wie gesagt, machst du nur Folgendes, sobald du deine Designs hast, dann lädst du sie auf den Plattformen hoch, wo es halt möglich ist, auf organischem Wege Geld zu verdienen. Und zu diesen Plattformen gehören zum Beispiel Spreadshirt.com, Redbubble, Merch bei Amazon, T-Public, T-Spring, Shirties, Society6, Threadless, Sazzle, T-Fury, Design, Human, Sunfrog, Teasley und Viral Style. Einige von den Plattformen habe ich bisher noch nicht besonders gut ausgetestet, zum Beispiel jetzt Society6 und Viral Style, da bin ich derzeit doch am Hochladen. Ich bin jetzt gerade nicht dabei, um echt seine neue Designs zu erstellen. Das liegt aber vor allen Dingen an folgendem Grund. Also, wenn du diese Plattform mal auschecken möchtest, dann gib sie einfach auf Google ein, erstell die Accounts und dann, wie gesagt, kannst du über die Plattform verkaufen. Ein großes Problem, das ich derzeit mit dem T-Shirt-Business habe, ist die Zukunft vom T-Shirt-Business. Ich weiß nicht genau, wie es aussieht. Nämlich meine Verkäufe sind sehr stark zurückgegangen und ich denke, wie gesagt, bei vielen von euch ist das auch so gewesen. Ich werde mich auf jeden Fall nochmal einarbeiten, weil es scheint mit Merch bei Amazon.de, der deutsche Markt scheint sehr gut gerade zu verlaufen. Ich bin relativ wenig im deutschen Markt drin, muss mal schauen, wie ich mich da noch entwickle. Ich muss gucken nach neuen Plattformen, zum Beispiel Viral Style könnte auch ganz attraktiv sein, weil ich habe gesehen, da kann man auch seine Designs auf Uhren und so weiter drauf tun. Wäre mal ein interessanter Nischenmarkt, aber sonst, ich glaube, die Konkurrenz wird langsam einfach ein bisschen groß. Angebot, Nachfrage stehen nicht im korrekten Verhältnis miteinander und das Angebot wird einfach viel, viel größer. Das steigt ja nicht proportional zur Nachfrage und das, wie gesagt, macht das Ganze vielleicht ein bisschen unattraktiv für zukünftige Generationen von T-Shirt-Sellern. Aber gut, das war es nun hier für dieses Video. Vielen, vielen Dank, dass du dir angeschaut hast und wenn dir dieser Kanal gefällt, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du ein Abo hinterlassen könntest. Danke nochmal für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video würde ich euch gerne 12 unterschiedliche Plattformen vorstellen, auf denen ihr eure T-Shirt-Designs verkaufen könnt. Viele von euch hatten mich gefragt, ob ich nicht mal wieder einige Videos rund ums Thema T-Shirt-Business machen kann und ich hatte mich um echt sein vom T-Shirt-Business ein bisschen zurückgezogen, hatte jetzt nicht mehr so extrem viel gemacht, wie ich es früher getan hatte, also praktisch Anfang von diesem Jahr. Bloß, jetzt muss ich euch ehrlich zugeben, ist natürlich dieses T-Shirt-Business gerade mit dem Aufbau, sag ich jetzt mal, des deutschen Marktes, gerade bei Amazon, also Merch bei Amazon, sehr interessant wieder geworden und ich überlege tatsächlich wieder ins T-Shirt-Business einzusteigen. So oder so werde ich aber das wissen, dass ich vielleicht bisher noch nicht hier auf diesem Kanal geteilt habe, mit euch teilen und auch nochmal einige Videos zu diesem Thema machen. Wenn euch solche Videos gefallen, dann bitte hinterlasst ein Like auf diesem Video, wenn ihr mehr Videos rund ums Thema T-Shirt-Business haben möchtet, dann wie gesagt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dieses Video hier liken könntet. Aber gut, es soll hier einfach in diesem Video mal um eine grobe Aufstellung von allen Plattformen gehen, auf denen ich früher publizierte, beziehungsweise heute immer noch publiziere und meine T-Shirts online habe. Ich möchte hier einfach mal diese Plattform geben, sodass du halt meinen Prozess kopieren kannst und zumindest schon mal weißt, auf welchen Plattformen es sich lohnt zu publizieren. Ich werde nochmal so eine grobe Einschätzung geben, welche Plattform sich lohnt und welche Plattform sich möglicherweise nicht lohnt. Okay, fangen wir mit der ersten Plattform an, Spreadshirt.com beziehungsweise DE ist eine von diesen Plattformen, die bei mir die größten Einnahmen generiert haben. Langsam sind meine Einnahmen bei Spreadshirt ein wenig rückläufig, nämlich bei mir ist gerade der Merch bei Amazon Markt relativ attraktiv geworden und dort verdiene ich auch derzeit einen Großteil von meinem Geld. Spreadshirt ist aber dennoch eine sehr, sehr gute Einnahmequelle. Bei Spreadshirt ist es so, dass du dich wieder entscheiden kannst, ob du halt auf einem Marktplatz publizierst oder halt direkt deinen eigenen Shop erstellst. Ich würde dir folgende Option hier empfehlen, nämlich wenn du zum Beispiel sagst, ich habe keine besonders große Brand, ich habe nicht besonders viel Reichweite, dann auf jeden Fall biete einfach nur deine T-Shirts auf dem Marktplatz an. Das heißt, suche dir beispielsweise einen Designer, der für dich die T-Shirt-Designs erstellt und dann lade halt diese T-Shirt-Designs hier selbst hoch oder halt über einen Designer. Wenn du aber sagst, ich habe einen großen Instagram-Account oder ich habe richtig große Reichweite, dann würde ich simultan zum Online-Marktplatz-Business oder Online-Marktplatz-T-Shirt-Business auch nochmal einen eigenen Online-Store erstellen, über den du dann deine eigenen Designs vielleicht nochmal höherpreisig verkaufst. Das kann auf jeden Fall Sinn machen. Übrigens, wenn ihr mehr rund um dieses Thema wissen wollt und ihr möchtet wissen, wie man sich ein profitables Online-Business aufbaut, dann kann ich euch sehr empfehlen, euch hier in diesen Kurs einzuschreiben, den Geldverdienen im Internet-Meisterkurs. Bisher haben sich über 55 Leute in diesen Kurs eingeschrieben, 61 Top-Bewertungen, 4,6 Sterne, der Nummer 1 verkaufte Kurs auf Udemy zu diesem Thema. Das heißt, wenn du wissen möchtest, wie man sich ein T-Shirt-Business aufbaut, wie man Alternativen zum T-Shirt-Business findet, das heißt beispielsweise, wie man mit Icons Geld verdient, wie man mit Kindle Geld verdient, Online-Kursen, Coaching, Tutoring und so weiter und so fort, dann schau auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung. Dort gibt es einen Link. Über diesen Link kriegst du den Kurs derzeit für gerade mal 9,99 Euro. Ich kann nicht versprechen, dass dieser Preis für immer tatsächlich 9,99 Euro bleiben wird. Deswegen klickt einfach mal auf den Link, wenn er immer noch für 9,99 da ist, dann schreibt euch ein. Und falls ihr Fragen habt, könnt ihr mir jederzeit auch in diesem Kurs Fragen stellen. Das heißt, ich begleite euch auch bei eurem Business und helfe euch innerhalb von diesem Kurs euer Business zu starten. Und das alles, wie gesagt, für 9,99. Link befindet sich in der Videobeschreibung. Gut, die nächste Plattform ist dann Merch by Amazon. Merch by Amazon ist eine von diesen Plattformen, die ich euch derzeit wirklich, wirklich empfehlen kann. Und bei Amazon ist es natürlich so, oder bei Merch by Amazon ist es so, dass man praktisch ein Tiermodell hat. Das heißt, dass bei einer bestimmten Anzahl an Sales man praktisch zu einem höheren Tier, so heißt es mal, hochgestuft wird. Das bedeutet dann, dass du beispielsweise mehr Designs hochladen kannst. Es ist natürlich auch so, dass gerade bei Plattformen wie Merch by Amazon es sehr, sehr viele Leute gibt, die einfach direkt am Anfang, wenn sie zum Beispiel schnell diese höheren Tiers erreichen wollen, einfach ihre eigenen Designs kaufen. Würde ich euch das empfehlen? Naja, offiziell dürfte ich euch das natürlich nicht empfehlen, aber es ist inoffiziell das, was sehr, sehr viele Leute tun. An sich relativ einfache Plattformen, um Geld zu verdienen. Du brauchst dann einfach nur viele gute Designs und musst relativ schnell in diesem Tiermodell nach oben steigen. Und das, wie gesagt, kannst du einfach dadurch machen, dass du deine eigenen Designs kaufst. Ich empfehle euch das, wie gesagt, nicht, weil es eigentlich nicht in Ordnung ist, aber so machen es halt sehr, sehr viele Leute. Dann, die nächste Plattform ist eine Plattform, wo du selbst einfach noch sehr viel Marketing machen musst. Diese Plattform nennt sich Teespring. Teespring ist meines Erachtens eher sinnvoll, wenn du halt wirklich eine eigene Brand hast und über deine Brand T-Shirts verkaufen möchtest. Der Marktplatz an sich wirft auch Geld ab, bloß es ist halt eher eine Plattform, wo du mit einer eigenen Brand starten solltest und dann halt über diese Plattform verkaufen solltest. Diese anderen Plattformen, wie zum Beispiel Merch by Amazon oder zum Beispiel Spreadshirt, das sind Plattformen, wo du halt einen sehr, sehr großen, organischen Reach hast, das heißt eine große, organische Reichweite, wo der Marktplatz für dich die Sales generiert und du dich eigentlich zurücklehnen kannst. Das A und O ist einfach nur, dass du gute Designs hast, diese Designs auch hochlädst und dann natürlich auch mit den richtigen Keywords und richtigen Beschreibungen ausstattest. Dann gibt es noch eine weitere Plattform. Diese Plattform nennt sich T-Public. T-Public ist auch wieder eine von diesen Plattformen, die einen relativ großen, organischen Reach haben, aber es ist natürlich jetzt nicht so, dass du, ja, Tausende von Euro hier verdienen wirst. Es wird wahrscheinlich eher ein paar Hundert sein, die du hier im Monat verdienst, auch mit 1.000, 2.000, 3.000 Designs. Das heißt, das A und O ist immer, wenn du halt Designs hast, dass du diese Designs auch auf möglichst vielen Plattformen hochlädst. Nämlich nochmal, ein T-Shirt-Business ist meines Erachtens, wenn man sich die einzelnen Plattformen anguckt, nicht unbedingt ein profitables Business. Du musst halt erstmal sehr, sehr viel Geld investieren, musst sehr, sehr viel Arbeit reinstecken, um dann hoffentlich eines Tages damit Geld zu verdienen. Und sagen wir es einfach mal so, sehr viele Leute, die halt im T-Shirt-Business gestartet sind, haben viele, viele Designs gemacht, hunderte Designs gemacht, tausende Designs gemacht und verdienen damit kaum Geld. Deswegen ist das ein A und O, dass du wirklich schaust, dass du gute Designs verwendest. Ich werde auf jeden Fall nochmal hier ein Video rund ums Thema, was ist ein gutes Design machen und vor allen Dingen, wie du halt zum Beispiel das Ganze nischst. Das heißt, wie du dafür sorgst, dass praktisch die Designs auch in der richtigen Nische sind, in der profitablen Nische und so weiter und so fort. Da werde ich nochmal einige Videos euch liefern, weil ich glaube, darüber sprechen die wenigsten YouTuber. Und mein Tipp ist einfach nur an dich, wenn du wie gesagt Designs hast, lad sie auf so vielen Plattformen wie nur irgendwie möglich hoch, auch wenn das sehr viel Zeit und Arbeit kostet. Versuch das zu machen, weil damit kannst du halt einfach den Prozess schneller machen. Nehmen wir zum Beispiel jetzt mal an, dein Design ist auf 10 Plattformen drauf, pro Plattform nur als Durchschnittswert. Mach Design jetzt mal, mach das T-Shirt 1 Euro pro Jahr. Dann würde es ja bedeuten, wenn du zum Beispiel jetzt die Designs nur auf 5 Plattformen hättest, würdest du in 2 Jahren den ersten Profit machen. Wenn du, sag ich jetzt mal, das Design aber auf 10 Plattformen hast, dann hast du vielleicht schon nach dem ersten Jahr Profit. Wenn du das Design auf 20 Plattformen theoretisch hättest, nur um mal diesen Wert zu nehmen, hättest du nach einem halben Jahr einen Profit. Das heißt, das A und O ist einfach, dass du dieses Design nimmst und auf mehreren Plattformen publizierst. Dann die nächste Plattform nennt sich Shirty. Shirty ist auch noch mal eine von diesen Plattformen, die ich euch sehr empfehlen kann, wo man auch sehr gute Gewinne erzielen kann. Es ist eine von diesen Plattformen, die auch gerade im deutschsprachigen Bereich doch sehr profitabel sind. Du wirst auch vielleicht ein bisschen Selbstmarketing machen müssen. Es ist grundsätzlich nie schlecht, Selbstmarketing zu machen. Ich würde mich halt nicht nur immer nur auf die Marktplätze verlassen, sondern auch selbst probieren, einfach zum Beispiel über einen YouTube-Kanal das Ganze zu promoten, über einen E-Mail-Newsletter oder möglicherweise über den eigenen Blog und so weiter und so fort. Weil jeder Sale, den du nochmal extra generierst, ist extra Geld und so oder so, die Plattformen werden dir organischen Reach geben, organische Reichweite geben und wenn du nochmal ein paar weitere Sales generieren kannst, dann ist da meines Erachtens definitiv nichts schlecht dran. Dann die Plattform Society6. Society6 ist auch noch mal einer von diesen Plattformen, wo du kleinere Gewinne machen kannst. Ich denke aber nicht, dass du hier Hunderttausende von Euro mehr machen wirst. Du wirst auch wahrscheinlich hier noch nicht mal 10.000 von Euro mehr machen, sondern vielleicht nur ganz, ganz kleine Summen. Bloß auch nochmal hier der Tipp, wenn du irgendwo Geld verdienen kannst, dann versuche halt mit deinen T-Shirts Geld zu verdienen. Dann die nächste Plattform ist Threadless. Threadless ist einer von diesen Plattformen, die auch relativ gutes Geld abwirft. Also bei mir zum Beispiel waren es meistens im Hunderter-Bereich, also 200, 300 Euro ungefähr, die hier auf der Plattform reingekommen waren pro Monat. Ich hatte aber damals auch, ich glaube, 600, 700 T-Shirt-Designs hier online. Jetzt sind die Einnahmen stark zurückgegangen. Ich bin, wie gesagt, auch nicht mehr aktiv im T-Shirt-Business. Denke wir dann daran, im Bereich T-Shirt-Business aktiv zu werden. Bloß derzeit, wie gesagt, kann ich euch sagen, es ist auf jeden Fall noch eine profitable Plattform. Ladet hier eure Designs hoch. Bloß, ihr könnt ja nicht davon ausgehen, dass ihr Tausende von Euro hier verdienen werdet. Dann die Plattform Sazzle. Sazzle ist einer von diesen Plattformen, die ich auch schon wieder sehr empfehlen kann, wo du kleinere Gewinne machen kannst. Es handelt sich hier höchstwahrscheinlich wieder um ein paar Hunderte von Euro. Sunfrog ist einer von diesen Plattformen, wo ich eigentlich große Hoffnungen drin hatte, die jetzt, naja, so ein bisschen Geld macht. Es ist halt bloß aber keine Plattform, wo du jetzt Tausende von Euro im Monat machst. Ich würde es einfach, wie gesagt, dann nochmal hochladen, wenn du die Zeit hast. Dann die Plattform T-Fury ist auch auf jeden Fall einer von diesen Plattformen, die zu den Major Players in diesem Bereich gehört. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt deine Designs schon auf Spreadshirt, auf Merch bei Amazon und so weiter und so fort hast, dann lade sie auf jeden Fall nochmal auf T-Fury hoch. Eine von den neuen Plattformen, die ich sehr interessant finde, ist diese hier namens Viral Style. Auf Viral Style kannst du nicht nur T-Shirts hochladen oder kannst deine Designs nicht nur auf T-Shirts drauf tun, sondern eher kannst du auch deine Designs zum Beispiel auf solche Dinge drauf machen, wie Uhren, wie Tassen, was natürlich auch bei Plattformen wie Redbubble hast. Übrigens, Redbubble habe ich jetzt gerade hier mal komischerweise nicht aufgezählt, hätte ich eigentlich aufzählen sollen. Also sagen wir es mal so, Redbubble ist auf jeden Fall auch nochmal eine Plattform, die ich euch sehr empfehlen kann, die mit zu meinen größten Einnahmequellen bis heute gehört. Also die größten Plattformen definitiv in diesem Bereich und das ist jetzt mal eine von den letzten Designs by Humans, aber die größten Plattformen in diesem Bereich sind definitiv Spreadshirt, Merch bei Amazon, Teasley, Shirty und halt Redbubble. Das sind so die fünf, auf die ich mich wirklich fokussieren würde. Die anderen Plattformen, naja, sind halt nochmal da, um so ein bisschen Gewinn zu machen. Das ist jetzt hier auch nochmal eine Plattform namens Design by Humans. Design by Humans ist eine Plattform, wo du auch nochmal deine T-Shirts hochladen kannst. Du musst aber hier praktisch erstmal angenommen werden von der Plattform. Ist wieder eine kleine Einnahmequelle, würde ich jetzt nicht meinen ganzen Fokus draufsetzen, aber wenn du ein bisschen Zeit hast, dann lad dein Designs auch hier hoch. Aber gut, das war es dann hier für dieses Video. Wenn du mehr rund ums Thema Geld verdienen im Internet wissen möchtest und möchtest wissen, wie man sich ein T-Shirt-Business aufbaut, dann schau auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung. Dort befindet sich ein Link zu meinem Kurs, dem Geld verdienen im Internet-Meisterkurs. Den kriegst du derzeit für gerade mal 9,99 Euro, 6,5 Stunden Content. Ich zeige dir, wie du 25 unterschiedliche Einkommensströme aufbaust. Das heißt, wenn du das wissen möchtest, dann wie gesagt, schreib dich ein. Würde mich sehr, sehr freuen, dich dabei zu haben. Ich kann den Preis, wie gesagt, nicht gewährleisten. Es kann gut sein, dass der Preis eines Tages mal höher sein wird. Das heißt, vielleicht bei 19 Euro oder 29 oder wie viel auch immer. Das heißt, nutz deine Chance, schreib dich ein. Wenn du übrigens Fragen hast, dann schreib sie jederzeit hier in die Kommentarsektion von diesem Video. Wenn du Fragen zu den unterschiedlichen Einkommensströmen in diesem Kurs hast, kannst du mir innerhalb des Kurses jederzeit schreiben und ich beantworte dann deine Frage und helfe dir dabei, dein eigenes Online-Business aufzubauen. Aber gut, ich danke dir vielmals für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können. Im heutigen Tutorial soll es rund ums Thema T-Shirt-Business gehen, weil einige von euch, die bereits das 57 Einkommensströme-Coaching mit mir gebucht haben, wissen, dass ich ein eigenes T-Shirt-Business habe. Ich habe derzeit knapp 10.000 Designs, wenn ich alles zusammenzähle und auch die Designs, die ich jetzt schon wieder offline genommen habe, sind es, denke ich mal, um die 11.000, 12.000 Designs, die ich bisher gemacht habe und ich muss ehrlich zugeben, dass ich da eine sehr simple Strategie verwendet habe und diese Strategie, die ihr jetzt sofort umsetzen könnt, möchte ich mit euch teilen. Das wird eine Strategie sein, die wirklich einen großen Unterschied für alle von euch machen wird. Ob du nun bereits ein T-Shirt-Business hast oder nicht, ist dementsprechend eigentlich relativ irrelevant, Nämlich, was ich dir zeigen werde, wird dir helfen, nicht nur ein paar 100 T-Shirts-Designs zu generieren, ohne viel Geld auszugeben, sondern vielleicht sogar Tausende, wenn nicht sogar 10.000 Designs, ohne dass du große Summen Geld in T-Shirt-Designer investierst. Nämlich, für all die Leute, die sich jetzt überhaupt nicht mit T-Shirt-Businesses auskennen, das Konzept ist eigentlich relativ simpel, man probiert T-Shirt-Designs auf Plattformen, wie zum Beispiel Spreadshirt, Redbubble oder auch gerne Merch bei Amazon oder all diesen Plattformen, versucht man hochzuladen und dann halt über diese Plattformen zu verkaufen, es gibt dort einen Marktplatz, sodass man organisch praktisch Traffic auf das eigene Design generieren kann und dann hoffentlich, weil nämlich das Design möglichst gut beschrieben wurde, dementsprechend möglichst gut rankt, dass es dann auch von potenziellen Kunden gekauft wird. Heißt also, Grundkonzept, möglichst viele Designs in möglichst vielen Nischen, also in nischigen Themenbereichen, sag ich jetzt mal, auf diese Plattform hochladen und dann vor allen Dingen auch nochmal probieren, diese Designs möglichst gut ranken zu lassen, indem man die Designs möglichst gut beschreibt und vor allen Dingen, indem man auch eines tut, indem man die richtigen Keywords verwendet. Ich möchte wie gesagt jetzt eine folgende Strategie mit dir teilen, nämlich diese Strategie wird dir verhelfen oder wird dir dazu verhelfen, tausende von Designs zu generieren, ohne viel Geld auszugeben. Zum Beispiel, wenn ich mal runterbrechen würde, ungefähr, was ich für ein T-Shirt-Design ausgebe, dann ist das zum Beispiel folgende Summe und jetzt halte ich fest, es ist zum Beispiel, sagen wir mal, ungefähr ein Zehntel von einem Cent, den ich ausgebe, um ein T-Shirt-Design zu generieren. Gerade mal ein Zehntel von einem Cent, um ein insges T-Shirt-Design zu generieren, um ein T-Shirt-Design machen zu lassen und du wirst jetzt denken, das ist doch komplett verrückt, Leon, das kann doch nicht sein. Doch, das kann sein, nämlich mit der folgenden Strategie. Ich habe Designer. Zum Beispiel hier eine Person, die ich euch wirklich empfehlen kann, das ist der Herr SM Arafat, der arbeitet auf Upwork und wie gesagt, ist ein sehr, sehr guter Designer und ich designe halt haufenweise Designs mit ihm und zum Beispiel ein Design, das ich jetzt gerade rausgebracht habe, übrigens dieses Design bitte nicht kopieren, in dem Sinne nämlich, bitte nicht den Slogan hier oben kopieren, weil den habe ich später nochmal geändert, nämlich Home Sweet Home ist unter Nizza-Klasse 35 geschützt, also bitte das hier nicht kopieren, aber das andere könnt ihr gerne so in der Art nachmachen. Nämlich, was wir gemacht haben, ist eigentlich relativ simpel. Wir haben ein T-Shirt-Design erstellt, das zum Beispiel sagt, Bloomington, Minnesota und was ich jetzt mache, ist das folgende. Ich nehme dieses T-Shirt-Design, packe es in Adobe Illustrator und ende einfach nur noch immer den Text. Das heißt, zum Beispiel sage ich nicht mehr Bloomington, Minnesota, sondern San Francisco, California oder zum Beispiel Chicago, Michigan oder zum Beispiel New York, New York oder zum Beispiel Minneapolis, Minnesota oder was auch immer aus dem folgenden Grund, nämlich gerade viele von diesen Plattformen wie zum Beispiel Spreadshirt.com, Redbubble, Merch bei Amazon sind natürlich extrem dominiert auch von amerikanischen Anbietern beziehungsweise auch die Kunden vor allen Dingen kommen aus dem amerikanischsprachigen Bereich. Was genau sagt uns das? Naja, wir müssen auch solche T-Shirts für Amis produzieren. Heißt, wir können zum Beispiel folgendes tun und das habe ich umgesetzt. Ich habe mir eine Liste genommen von den Städten in Amerika, die mehr als 50.000 Einwohner haben und habe dann für jede Stadt so ein Design gemacht. Da ich selbst nicht designen kann und das Einzige, was ich in Illustrator kann, ist ein bisschen Text verändern. Da habe ich also praktisch Folgendes getan. Habe mir dieses Design in einem PSD-Format geben lassen, habe das runtergeladen und habe es dann einfach am Anfang in Photoshop reingeschmissen. Jetzt mache ich es halt immer mit Adobe Illustrator und das Einzige, was ich tue, ist, ich verändere den Text nichts weiter. Und dann darunter, also wie gesagt, den Text Blumenken und Minnesota und die Überschrift, also Home Sweet Home, die habe ich jetzt geändert zu einem anderen Text. Wir können es das gerne auch gleich nochmal anschauen, falls ich es finde. Aber wie auch immer. Das habe ich also gemacht und habe das für jede Stadt gemacht, die über 50.000 Einwohner hat. Und so kannst du halt nur ein einziges Design dir erstellen lassen, kannst aber aus diesem einen Design hunderte, wenn nicht sogar tausend Designs machen. Zum Beispiel, und das ist wie gesagt nur ein Beispiel, du könntest Folgendes tun, du trittst an Designer ran, wie zum Beispiel Herrn Arafat, mit dem ich zusammengearbeitet habe, sagst, okay, bitte design mir eins, das ungefähr so aussieht wie dieses hier und dann machst du das nicht nur für alle großen Städte in Amerika, sondern machst das für alle größeren Städte auf der ganzen Welt. Das heißt, dass du sagst, okay, ich versuche alle Städte mir rauszusuchen, die mindestens 100.000 Einwohner haben. Das sind wahrscheinlich auch tausende von Städten weltweit, die so viele Einwohner haben. Und was du dann, wie gesagt, machst, ist relativ simpel. Du trägst einfach den Namen von dieser Stadt trägst du ein und dann nochmal in welchem Staat sich diese Stadt befindet, zum Beispiel bei Amerika, das ist ja sehr simpel, zum Beispiel San Francisco, California, Chicago, Michigan, was auch immer, trägst das wie gesagt alles ein und was du am Anfang wirklich nur gemacht hast, ist, du hast ein einziges Design dir erstellen lassen und dieses ein Design änderst du halt nur nochmal ein paar tausend Mal ab und so, wie gesagt, kannst du extrem viele Designs erstellen, die über diese Plattform publizieren und schlussendlich kostet dich, wenn du es mal runterrechnest, vielleicht gerade mal ein Design ein Zehntel von einem Cent, weil du halt einfach zum Beispiel für ein Design vielleicht ein Zehner ausgibst, das ist zum Beispiel das, was ich hier in Arafat für dieses Design gezahlt habe, der macht das Ganze für dich und wenn du halt dann dieses Design nimmst und das tausend Mal umsetzt, also praktisch mit tausend Städten, dann kannst du hier natürlich immense Skaleneffekte erzielen und deswegen sage ich auch, du brauchst nicht viel Geld, um ein T-Shirt Business zu starten. Das wie gesagt, ist meine Strategie, wie ich mit T-Shirt Business richtig gutes Geld verdiene. Natürlich habe ich noch haufenweise andere Strategien, ich werde definitiv ein paar von denen auch mal kostenfrei mit euch teilen und sonst wie gesagt in den kommenden Videos auch noch mal über solche Themen sprechen. T-Shirt Businesses sind derzeit am Boom, ich weiß nicht ganz genau, wie lange T-Shirt Businesses sich noch halten werden, vielleicht nur noch ein paar Jahre, also ein, zwei, drei Jahre, vielleicht noch ein bisschen länger, dazu werde ich aber nochmal eine Analyse machen und das als Video posten, aber das ist auf jeden Fall hier, was du siehst, eine Strategie, die sehr sinnvoll ist. Du kannst aber auch zum Beispiel Folgendes machen, das ist eines von den Templates oder eines von den Designs, das auch sehr gut funktioniert, du kannst halt zum Beispiel sagen, okay, bitte mach mir ein Design, sagst du halt zu deinem Designer, mit drei Boxen, also drei Boxen untereinander und in der dritten Box ist einfach nur so ein kleines Häkchen drin und wie so ein Checkmark, sag ich jetzt mal. Und da können wir zum Beispiel hinschreiben, Single verheiratet Kraftsportler, Single verheiratet Crazy Cat Lady, was auch immer und damit halt diese T-Shirt Designs nischen. Das heißt, damit kannst du sagen, okay, ich will nicht unbedingt, ja, nur ein einziges Design haben oder ich will es nicht nur auf Städte anpassen, sondern ich will das auf ganz, ganz viele unterschiedliche Nischen anpassen. Und indem du diese drei Boxen hast und in der letzten Box dieses Checkmark und zum Beispiel schreibst, bei der ersten Box Single, bei der zweiten verheiratet und bei der dritten Kraftsportler, hast du hier natürlich schon mal die Nische Kraftsport, bist du angegangen. Wenn du es zum Beispiel nischst, sag ich jetzt mal, für Tennisspieler, hast du dann, ja, Tennisspieler targetiert. Oder wenn du sagst, Crazy Cat Lady, hast du halt Leute, die sich für Katzen interessieren, targetiert. Das kannst du mit Hunden machen, das kannst du mit Wellensittigen machen, das kannst du mit jedem Tier der Welt machen, das kannst du auch mit solchen Sachen machen, wie Städten. Kannst du zum Beispiel sagen, Single verheiratet Berliner, Single verheiratet Münchner, Single verheiratet Düsseldorfer und so weiter und so fort und damit kannst du halt nur ein einziges Design erstellen, das ist deine Strategie, du lässt dir ein einziges Design erstellen, veränderst das einfach ein paar hundert, wenn nicht so ein paar tausend Mal und das meines Erachtens ist der einfachste Weg, schnell ein T-Shirt-Business zu skalieren, mit relativ wenig Geld in die ganze Sache reinzugehen und schlussendlich aber sehr viel Geld rauszubekommen. Aber gut, das war es dann nun hier für das heutige Tutorial. Ich danke dir, dass du dir dieses Video angeschaut hast und wir hören uns gleich wieder in der nächsten Lektion beziehungsweise dem nächsten Tutorial, weil gleich werde ich nochmal eine Analyse zum Thema T-Shirt-Business machen. Du solltest mit deinem T-Shirt-Unternehmen den sogenannten First Mover-Effekt ausnutzen. Was genau ist der First Mover-Effekt und wie macht man das Ganze in der Praxis? Darum soll es im heutigen Video gehen. Zuallererst, was genau ist denn überhaupt so ein First Mover-Effekt? Worum handelt es sich dabei? Der First Mover-Effekt, den kann man sich auch gerne Wort für Wort ins Deutsche übersetzen, bedeutet einfach nur die erste Person, die reingeht, das heißt zum Beispiel die erste Person, die in eine bestimmte Plattform reingeht, ob das nun Social Media ist oder solche T-Shirt-Plattformen wie zum Beispiel Spreadshirt, hat folgenden Vorteil. Zuallererst ist die Konkurrenz noch nicht besonders groß und vor allen Dingen, wenn du erstmal in der Plattform drin bist und mehr und mehr Leute kommen auf die Plattform drauf, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass diese Leute dich wahrnehmen werden. Hat man bei den meisten T-Shirt-Plattformen noch einen First Mover-Effekt? Nein, keinesfalls. Die meisten Plattformen sind schon relativ voll, da gibt es bereits sehr viele Leute, die T-Shirts publizieren, aber, und das wie gesagt, ist das große Aber, ich würde immer schauen nach kleineren Plattformen, wo bisher noch nicht besonders viel Konkurrenz herrscht und auch diese Plattformen würde ich nicht ignorieren, nämlich, es ist definitiv möglich, über solche Plattformen wie zum Beispiel Spreadshirt.de, Spreadshirt.com noch gutes Geld zu verdienen oder zum Beispiel über Redbubble, ich denke, die sind so die zwei populärsten Plattformen oder zum Beispiel auch Merch bei Amazon, wo sehr viele jetzt ihre Accounts erstellen, aber tatsächlich auch sehr viele Leute abgelehnt werden, dann zum Beispiel auch solche Plattformen wie Teasley und so weiter und so fort. Das sind alles Plattformen, die eigentlich relativ groß sind mit der Ausnahme von Teasley, ich denke, das ist eher eine von den kleineren Plattformen in diesem Bereich und schlussendlich kann man schon mal Folgendes sagen, auf solchen Plattformen wie Spreadshirt, Redbubble oder Merch bei Amazon gibt es bereits erstaunlich viel Konkurrenz. Das heißt, dort zu sagen, okay, ich habe den First-Mover-Effekt, das ist keinesfalls mehr der Fall. Wenn du aber zum Beispiel auf solchen Plattformen dich aufhältst, wie zum Beispiel Teasley, sag ich jetzt mal, oder Sazzle oder zum Beispiel Sunfrog, dann hast du einen großen Vorteil. Hier ist die Konkurrenz noch nicht allzu groß. Es gibt bereits Konkurrenz, vielleicht sind diese Plattformen bisher noch nicht ultra profitabel für dich. Das könnte bedeuten, A, dass nicht besonders viele Kunden auf dieser Plattform drauf sind oder dass du bisher einfach noch nicht die richtige Strategie hast oder es könnte bedeuten, dass die Kunden derzeit noch nicht da sind, aber vielleicht kommen sie ja eines Tages in der Zukunft. Und der First-Mover ist immer eine Person, die ein wenig Risiko eingeht. Das heißt, die zum Beispiel sagt, okay, ich denke, dass die Plattform zum Beispiel Sunfrog in der Zukunft größer werden könnte. Genau, deswegen werde ich sehr viel Zeit in diese Plattform investieren und auf dieser Plattform möglichst viele T-Shirt-Designs hochladen. Das, wie gesagt, kannst du machen. Ich würde mir zum Beispiel, wenn ich solche Plattformen sehe, auch einfach mal auf YouTube anschauen. Wie viel Geld verdienen eigentlich andere Leute? Wie lange existieren diese Plattformen schon? Und so weiter und so fort. Ich würde auch einfach mir mal anschauen, okay, wie ist denn diese Plattform eigentlich aufgebaut? Ist der ganze Prozess für dich zum Uploaden einfach? Ist es eine professionelle erstellte Plattform und so weiter und so fort? Gerade wenn du jetzt sehr, sehr kleine Plattformen findest, wo du denkst, okay, vielleicht können die ja eines Tages mal in der Zukunft größer werden. Da würde ich wirklich mal eine Firmenanalyse durchführen und schauen, okay, was sind denn das eigentlich für Plattformen? Werden die in der Zukunft wachsen oder eher nicht? Und vor allen Dingen macht es für mich Sinn, auf dieser Plattform zu publizieren. Ist also auch das Gefühl beziehungsweise das eigentliche Durchführen vom Upload, ist das auf dieser Plattform einfach, kann ich das gut machen? Und wenn dem so ist, dann hast du halt hier den großen Vorteil, dass wenn noch nicht besonders viele Leute drauf sind und vielleicht sind die Einnahmen noch klein, dass du dann vielleicht dir gerade in dieser Nische eine Position verschaffen kannst, die die anderen Leute bisher noch nicht innehaben beziehungsweise wenn sich alle Leute auf Spreadshirt fokussieren, wenn alle Leute sich auf Merch bei Amazon fokussieren, du aber probierst mal auf anderen Plattformen deinen Fokus setzen, könntest du hier vielleicht auch Skaleneffekte erzielen und es ist gut möglich, dann über solche Plattformen diesen First Mover Effekt noch zu bekommen. Ich würde grundsätzlich immer schauen nach neuen Marktplätzen, die auftauchen und einfach mal probieren, dort T-Shirts hochzuladen. Zum Beispiel, ich muss ehrlich zugeben, wenn es hier zum Online-Kurse zum Beispiel geht, dann lade ich meine Online-Kurse auf allen möglichen Plattformen hoch, weil ich mir immer denke, es könnte ja über diese Plattformen eines Tages mal Geld reinkommen. Es könnte sein, dass diese Plattformen sehr groß werden und dann bin ich auf dieser Plattform bereits drauf und habe wie gesagt haufenweise Produkte auf dieser Plattform schon abgeliefert und die Leute, die auf die Plattform drauf kommen, sehen dann mich zuallererst. Also was genau würde ich dir jetzt vorschlagen? Ich würde vor allen Dingen dir erstmal vorschlagen, auf solchen Plattformen, die jetzt noch nicht so irre groß sind, mal dann nicht unbedingt in den Fokus zu setzen, aber dort auch zu publizieren. Also zum Beispiel auf solchen Plattformen wie Teasley oder auf solchen Plattformen wie Sunfrog oder auch wie Sezzle. Sezzle gehört schon zu den größeren, aber zum Beispiel diese Riesenplattformen wie Spreadshirt, Redbubble und Merch bei Amazon, da ist die Konkurrenz bereits sehr, sehr stark. Auf diesen kleineren Plattformen ist es vielleicht so noch möglich, diesen First Mover Effekt zu bekommen und damit dann noch ein bisschen extra Geld zu verdienen beziehungsweise seine Position einfach auf dem Marktplatz zu kräftigen. Zum anderen würde ich dir auch noch einen folgenden Tipp geben hinsichtlich des First Mover Effekts, nämlich wenn du jetzt zum Beispiel deinen eigenen T-Shirt Shop aufbaust, das heißt außerhalb von solchen großen Plattformen und du möchtest möglicherweise das Ganze unter deiner eigenen URL anbieten, du möchtest die Produkte vielleicht auch zu höheren Preisen anbieten als sie auf den Plattformen, auf denen du derzeit publizierst, angeboten werden und vielleicht ist es ja auch dein Ziel daraus eine eigene Brand zu machen, dann wie gesagt kann ich dir wirklich nur empfehlen, dir Gedanken darüber zu machen, wie du denn eigentlich deine Produkte promoten kannst. Ist das zum Beispiel über einen YouTube-Kanal, ist das über Affiliates, ist das über Influencer-Marketing, ist das über Podcast-Interviews und so weiter und so fort. Versuche vor allen Dingen erstmal die Marketing-Kanäle rauszufinden und, und ich denke, das ist immer das Wichtigste, ich würde zuallererst mal schauen, okay, kann ich zum Beispiel meinen Shop gut über Google ranken, indem man solche Dinge macht, wie zum Beispiel Backlinks, indem man schaut, okay, welche Texte packe ich auf meinen eigenen Store drauf, welche URL hat dieser Store und so weiter und so fort. Habe ich zum Beispiel, ja, Verlinkungen zu Pinterest, habe ich vielleicht eine andere Website, auf die ich das Ganze linken könnte und so weiter und so fort. Das denke ich mal, ist ein sinnvoller Gedankengang. Das heißt, der First-Mover-Effekt auf diesen großen Online-Plattformen, der ist, ja, kaum noch da, sagen wir es mal so, aber du kannst natürlich diesen First-Mover-Effekt haben, indem du eher in den Aufbau einer Brand reingehst. Das heißt, dass du eher schaust, okay, wie kann ich denn eigentlich mit meinen T-Shirts, die ich über andere Plattformen anbiete, vielleicht auch außerhalb von diesen Plattformen eine Brand schaffen. Das denke ich mal, ist der nächste sinnvoller Gedankengang. Den solltest du auf jeden Fall mal gehen. Diesen Gedankengang solltest du mal haben und vor allen Dingen ihn auch durchführen. Weil, was ich derzeit tue, ist das folgende, ich produziere weiterhin sehr viele T-Shirt-Designs über diese ganzen Plattformen, ob das nun zum Beispiel Spreadshirt ist, ob das zum Beispiel Redbubble ist, Teasley, Merch by Amazon, Teespring, Sunfrog, Sezzle und so weiter und so fort. Ich werde übrigens auch noch mal ein Video machen, wo ich alle Plattformen zeige, auf die ich derzeit publiziere. Das, wie gesagt, wird weiterhin mein Fokus bleiben, auf diesen großen Plattformen zu publizieren, außerhalb von diesen großen Plattformen. Und das, wie gesagt, darf man nicht vergessen. Sollte man sich aber auch noch ein eigenes Business aufbauen, eine eigene Brand aufbauen, sodass man nicht nur auf diese Plattform angewiesen ist. Aber gut, das war es dann nun hier für dieses Video. Vielen, vielen Dank, dass du dir dieses Video angeschaut hast und wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Lektion.